Tourenwagen Klassiker, warum fahre ich? Weil es einfach Spaß macht. Ich bin froh, dass ich hier den 2008er C-Klasse fahren kann. Es war das Auto von Bruno Spengler. Mein letztes Auto, was ich in der DTM gefahren bin. Danach ist Maro Engel mit dem Auto gefahren. Mit Maro Engel verbindet mich eine lange und enge Freundschaft, denn er ist in Monaco groß geworden. Ich habe da gelebt und ich kenne ihn vom K-Sport aus. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das Auto hier zu bewegen. Gestern im Qualifying war das Wetter super. Wir hatten ein schönes Wetter. Es war nicht ganz einfach eine freie Runde zu bekommen, denn das Auto ist doch das schnellste im Feld. Jetzt hoffe ich, dass es jetzt im Regen ein bisschen nachlässt, dass man etwas sieht. Denn der Unterschied auf den Geraden ist doch relativ schnell und groß und wenn man da nichts sieht, dann wird es unangenehm. Von daher ein bisschen weniger Regen wünsche ich mir auf jeden Fall fürs Rennen und ich freue mich total drauf. Ich glaube, dass die Fans diese Autos sehr lieben und eine große Beliebtheit haben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da viel Entwicklungspotenzial ist und dass man solche Serien in der DTM und in anderen großen Rennen-Rahmenprogrammen auch wiederfindet. Weil man sieht es einfach, was für ein Publikumsmagnet das ist. Wenn man die Motoren starten lässt, ist hier eine Riesentraube von Leuten. Und das ist doch die Faszination der alten DTM-Tage und die kann man hier noch im relaxten Rahmen gut feiern. Und ich denke, dass es gut ankommt bei den Fans und dass die Veranstalter das zu schätzen müssen.